Willkommen zurück zu VARO mit dem Harley. Ja, ich komme mit Joy auf und wir drauf. Ach stimmt ja, wir sind ja hier irgendwo in der Höhle gewesen. Ach stimmt, ich glaube wir wollten weiter raus. Scheiße. Welche Leiste? Ja, meine Leiste im Dingenskirchen. Warte mal kurz, du kannst mir ja ganz kurz auf mich aufpassen. Ja, ich passe auf dich auf. Und ich bearbeite kurz meine Leiste. Okay, ich stelle keine Fragen. Nein, 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 nein. Passt schon. Ja, bearbeite deine Leiste. Jetzt haben wir oben und unten so einen schwarzen Strich, aber jetzt seht ihr wenigstens die Leiste. Passt schon, perfekt. So, ich bin da. Ich bearbeite gerade mal meine Hotkeys. Sollte aber jetzt gehen. Oh, sehr gut. Leisten und Hotkeys bearbeiten, so nennen wir die Folge. Und packen nackte Hotkeys aufs Titelbild. Und leisten. Oh, und leisten. Au. Ich hab dich da hauen, Mann. Family Guy, ne? Ja, ja, übrigens sehe ich gerade, ich sehe meine Leiste nicht mehr. Verdammt nochmal, was ist denn hier los? Ich hab irgendwie, warte, warte, Orders, dann... Kein Problem, ich krabbel langsam nach oben. Ist ja keiner auf dem Server gerade. Fertig, fertig, fertig. So, jetzt alles perfekt. Wir müssen hier nach oben. So, perfekt. Ich hab auch gehört, dass viele Leute oder manche Leute Probleme hatten, Zuckerrohr zu finden und Unmengen an Folgen verballert haben. Richtig, ich wette nämlich, dass andere, wie zum Beispiel Stiege und Michael Expert, die da rumgelatscht sind, draußen, alles geholt haben, oder? Ich glaube schon. Ich glaube, ich hab auch das Gefühl. Pass auf, wir sind jetzt hier draußen, du auch, glaube ich? Ja, sehr gut. Sollen wir mal mehr wieder Richtung Mitte? Ja, bitte. Ähm, ihr, ihr Spione da draußen. Ich hab heute mal bei D-Lay und Bergmann reingeschaut wieder. Und kann es sein, dass sie genau in der Höhle sind, wo wir waren gerade? Kann das sein, weil das kam mir voll bekannt vor. Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Achso, die sind also nicht normal. Genau, nicht diese weißen, weißt du, diese braunen. Achso, verstehe. Ich bin anzünden. Du hast das Hühnerfleisch einfach nicht mitgenommen. Habe ich nicht? Hürdest du einfach aus Spaß, ne? Nee, nee, ich habe es aufgehoben. Ja, ich bin so ein bisschen voll, genau, aus Spaß. Einfach nur, um die Hühner schreien zu hören. Genau. Warum sind hier die ganzen Bäume gefällt? Ich glaube, da war Feuer. Aha. Aber irgendwie haben wir, sollen wir mal, warte, siehst du mich, weil ich würde mal ein bisschen mehr Gas geben, weil dann schafft man mehr. Ja, 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 gib mir Gas, gib mir Gas, gib mir Gas. Ich würde auch gerne die Kühe holen. Boah, oh, krass. Ja, ich hätte dich fast getroffen damit. Ja, warte, hier, guck mal, ein riesengroßer See. Auf geht's, hier muss doch jetzt irgendwo... Komm, hier muss doch was sein, Leute. Lieber Zuckerrohr, Gott, gib uns Zuckerrohr. What? Der NVIDIA OpenGL-Driver detected a problem with the Display-Driver and is unable to continue. Minecraft ist abgestürzt. Ich glaub es nicht. Du hattest gerade auch das Problem, aber ich bin nicht der Einzige. Baluia hatte auch Probleme. Ja, komisch, ne? Was ist denn gerade los hier mit Minecraft? Ich verstehe es nicht. Ich bin der einzige Idiot. Ich bin der einzige Idiot. Pass auf, während du dann dein Ding hier fixst, mach ich mal ganz kurz... Bitte, was? Ja, okay. Also fix mit I-X. I... Ach so, ja, stimmt. Mach ich mal ganz kurz hier ein bisschen Essen warm. Ja, ich kontakte, das hat gestartet immerhin. Oh, sehr gut, da ist er wieder. Ach, ich kann mich direkt bewegen. Okay, warte, wo bist du denn jetzt? Äh, hier, hier, am See. Ah, da, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ah, bist du schon direkt wieder da? Ja, ja, das war irgendetwas komisches. Okay, warte, dann nehm ich die Öffentlichkeit wieder mit. So. Hm, sehr gut. Und weiter geht's. Leider, keiner, keiner joint uns hinterher. Guck mal, wir sind schon in der Oberfläche, sind ready. Aber, was du so gesagt hast, was die anderen für Schwerter haben, das ist natürlich ein klitzekleines Problem. Oh ja, und deswegen brauchen wir dringend Zuckerrohr. Ja. Aber, aber wenn du mal guckst, da sind auch noch keine normalen Bäume. Also, Buche bräuchten wir. Oh, oh, fuck. Ich hab kurz ein Schwein getötet. Kein Ding. So siehst du, ich hab dich. So siehst du mich. Genau, normale Bäume sind auch ein kleines Problem hier. Was haben wir denn hier für eine Random Map genommen? Ja, echt, wer hat sie gebaut? Der Randomizer. So, warte, ich bin jetzt quasi hinter dem Berg links abgebogen. Ja, und hier schwebt ein Baum in der Luft. Nein. Gibt gar keinen Sinn. Doch. Das ist für ein unrealistisches Spiel, Mann. Voller Scheiß. Ich will einen Restart. Genau, nochmal neue, da wo auch Zuckerrohr drauf ist. Richtig. Ich brauch doch nur einen. Dann, den Rest können wir uns auch züchten. Okay, du bist da, alles klar? Die Augen offen. Ja, ja, ich bin genau hinter dir. Das sieht gut aus. Da hinten ist ein Dschungel. Neues Biom. Ja. Dschungel. Oh, ja. Der Dschungel. Oh, pass auf, hier ist eine Schlucht. Was, wo ist eine Schlucht? Hier unten. Holy moly. Oh, guck mal, hier war sogar einer. Jetzt ist hier einer hochgebaut. Ja, sieh an, sieh an, sieh an. So trifft man sich wieder. Ich glaub, einer war hier sogar auch. Ja. Oh. Melonen können wir theoretisch mitnehmen, aber wir lassen die einfach mal liegen. Wir haben im Momentan genug Essen. Okay. Och Mann, oh, warum ist der denn nix? So, ich folge dir. Ich folge... Und schon wieder dir. Nvidia OpenGL Driver detected a problem with the display. Fuck you. Oh nein. Ich spiel einfach mal gleich. Das gibt's doch nicht. Ja, kein Problem. Ich werd hier so ein bisschen... Boah, hier ist ein richtig schöner Baum, ey. Ich mach, glaub ich, im Fenstermodus gleich. Ich werd gleich im Fenstermodus spielen. Sollte eigentlich passen. So, Option. Aber meinst dann ist es besser? Ja, ja. Vielleicht ist es doch besser. Other. Voll bit out. Gut, ich warte mal. Ich nehm mal mein Fernglas. Ja. Optifine haben wir alle eins. Oh Mann. Ist übrigens auch der einzige Mod, der erlaubt ist. Na du Schaff. Auf geht's. Das Ding ist jetzt... Da ist es wieder. Ich seh meine Leiste nicht, Mann. Welche? Deine, ähm... Meine untere Leiste seh ich nicht. Scheiße. Oh mein Gott. Guck mal nach unten. Weil da ist meine Tastleiste. Wo bist du? Nein. Ich war hier eigentlich. Da, wo der Baum brennt. Siehst du den brennenden Baum? Ja, ja. Ich seh den brennenden Baum. Genau. Oh, sehr gut. Hi. Schlucht? Nee. Hi. So. Ich hoffe, wir fixen das gleich, damit ich gleich mal alles ändern kann. So, ich dachte, ich brenne den Baum. Oh, mein Gott. Ja, ja. Kurzer Schock. Ich mach das Ganze ein bisschen schwerer für mich. Ich weiß, damit ich nicht sehe, was ich hier in der Leiste hab. Weil so ist es spannender. Genau, du hast die Challenge angenommen, ne? Ja. Challenge accepted. Genau. Wie gesagt, ihr macht das genauso. Oh mein Gott. Und? Was? Naja. Kein bisschen. Also ich hätte ja manchmal doch schon ganz gerne eine Map drin. Ja, ja. Aber das kann doch nicht sein. So haben wir da keine Chance zu verzaubern. Gibt's andere Möglichkeiten? Nee, nee. Nee, wir brauchen's. Wir brauchen's. Siehst du mich noch? Weil ich hüpfel gerade so wild rum. Jo, jo, jo. Ich seh dich. Ich seh dich. Krass. Da ist die nächste Wand, seh ich gerade. Das ist die nächste Wand. Boah, nicht so groß, die Map. Okay, lass mal nach rechts abbiegen. Mhm. Dann gucken wir mal. Das war ja so ein bisschen aus dem Boden raus. Es hat ein Problem mit dem Display-Driver. Das andere muss continue. Die App-Clation muss close. Oh nein, Mann. Warum ist hier los? Ich bin so allein. Das ist doch totaler Bullshit. Das ich jetzt immer so paar Mal connecte und dann... Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Vielleicht mit deinem Display-Driver. Der erkennt noch ein Problem und macht dann zu oder was, ne? Irgendwie sowas. Kann das sein? Ich weiß nicht, was das Problem von dem Penner ist. Warte, ich mach ja mal ein bisschen Licht drauf auf den Bäumen. Ja. Nimm mal noch Feuer. Feuer. Ich habe Feuer gemacht. Ich nehme jetzt einfach mal eine andere Version vielleicht, weil... Jam, let's play hat mir ja geholfen, hier etwas zu machen. Oh nein. Vielleicht hat er doch einen Bug reingeschleust. Ähm. Warte. Ey, das ist ein bisschen... Das ist total nervig. Auch für die Zuschauer jetzt, dass ich die ganze Zeit irgendwie wie ein Idiot am rumconnecten bin. Ach, bei mir geht's. Bei dir geht's? Wo bist du? Es wird dunkel. Äh, da, wo der brenne Baum ist. Dahinter. Okay, warte, ich komm da hin. Also nicht der alte brenne Baum, sondern der neue. Ja. Jetzt guck mal, jetzt habe ich so schwarze Balken oben und unten. Sieht aus, als wäre es ein Kinofilm. Wie das Intro. Ah, hi. Ja, ja. Hey, so. Ey, wenn ich jetzt disconnecte, ist das ziemlich kacke. Okay. Hier wäre nicht so gut, da gebe ich zu. Ich weiß auch gar nicht mal, wie lange war... Oh, ja gut, die Hälfte haben wir rum. Ja, ja, du hast ein bisschen mehr rum als ich. Stimmt. Komm, bitte, stürz nicht ab, stürz nicht ab. Oh, mein Schwert ist weg. Mein Schwert ist weg. Ja, ich habe mein Eisenschwert erst mal verballert. Ach so. Oh, ich komme da nicht hoch. Und schon wieder. Ich kann es nicht. Oh, nein. Error Code. OpenGL Driver Detected. Problem mit der Display Driver. Super. Super. Das will nicht. Immer wieder neue Probleme. Als wäre es Spaß machen. Das gibt es doch nicht. Das wären die Probleme gut. Hier ist wieder ein Sehen. Hier ist kein Zuckerrohr, ey. Das bereitet mir gerade mehr Probleme. Also die Frage, vielleicht solltest du dann... Okay, wenn du jetzt nachjoin... Ich weiß nicht, musst du denn nachjoinen? Oder kannst du auch sagen, pass auf. Ich fixe dann erst mal und mache die nächsten Minuten später fertig. Ja, ja, ich kann die nächsten Minuten später fertig machen. Ja, das heißt, ihr könnt jetzt bei Debitur an dieser Stelle gucken gehen. Ja, guckt alle bei mir. Oh, guckt alle bei ihm. Hey, geil. Ich bleib einfach mal in der Range hier, damit wir uns da gleich auch irgendwo wiederfinden. Ähm, was soll ich machen? Der sagt, Nvidia hat ein Problem, hat er gesagt. Warum hat Nvidia ein Problem? Und ich würde jetzt einfach wieder die Standardsachen machen. Grafikkartentreiber installieren und... Oder updaten und dann mal gucken. Was ist da los? Was ist das denn für eine Grafikkarte, wenn ich fragen darf? Ich habe die GTX 770. Oh yeah. War nicht so schlecht eigentlich, ne? Ne, ne, die habe ich auch neu gekauft. Ganz cool. So, ich versuche es einfach nochmal. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal in diesen Baum so ein bisschen rein. Ein paar Sachen ge... Oh, Schweinchen, wo bist du? Ja, gute Frage, ich bin jetzt gerade hier an so einem See. Ich würde jetzt eigentlich wieder gerne Feuer machen, warte. Geh, mach mal Feuer, weil wir sind jetzt getrennt. Ich sehe schon meinen Tod. Oh nein, er wird sterben, Mann. Weißt du was? Ich werde nicht traurig, weil irgendwie... Was Minecraft für Zicken macht, ist unglaublich. Warte, ich brenne hier mal wieder was an. Ja, ja, mach mal. Da, wo der Dschungel beleuchtet ist. Drumherum, äh, um mich herum ist Wasser auf jeden Fall. Ach ja, ich sehe deinen Namen, warte mal. Sehr gut. Oh, da ist ein Skelett. Ouchie. Dann machen wir hier mal ein paar Bäume weg für Apple. Warte, du warst hier irgendwo in der Nähe. Da, richtig. Sehr gut. Also es läuft gerade wieder? Ähm, ja, ja, für ein paar Minuten vielleicht wahrscheinlich. Ah, okay. Ich habe jetzt irgendwie geswitcht, ich habe jetzt ein paar Programme geschlossen. Wir sollten hier vielleicht gerade weg. Es brennt hier doch schon ein bisschen mehr. Bisschen, ziemlich. Sehr gut. Guck mal, die haben... Das andere Team hat echt das ganze Zuckerrohr geklaut. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir klauen das gesamte... Andere Team. ...Diamant. Die gesamten Diamanten. Von allen. Und alle Bäume. Von allen. Ja. Eine Axt brauchen wir. Eine Axt hätte ich. Axt hast du? Boah, Level 25. So. Du stürzt nicht ab. Bitte stürzt nicht ab. Genau, bleib... Oh, boah. Pass doch auf, Mann. Ich weiß ja nicht, wo du hin willst. Ich hätte dich fast geschlagen. Ja, ich weiß dann auch noch nicht so genau. Ich würde fast schon da hier einfach durch. Okay. In der Hoffnung, dass wir da mal irgendwo anders hinkommen. Mhm. Aus dem Dschungel raus wieder. Ich glaube, Izzy war hier in dem Dschungel. Izzy? Okay, gut. Hallo, Drey ist hier, glaube ich, irgendwo gestorben. Aber wo waren die letzten Kämpfe denn? Damit wir da nicht sind, zufälligerweise. Ähm, ich... Also ich habe gehört, dass es in irgendeiner Base von einem war. Ah, okay. Gut, gut, gut. Und da war wohl auch eine Zuckerrohr, Farben. Vielleicht sollten wir einfach mal die Base überfallen. Seitdem ist hier wieder ein neues Wasser. Ich bin sehr gespannt. Boah, wehe, ne? Bitte. Ups. Das sieht immer aus, die Zuckerrohr. Das ist aber diese blöden Lian. Nein, das ist die blöden Lian, genau. Da hinten ist auch keins. Okay, ich würde sagen, wir gehen hier mal links an dem Berg vorbei. Ich weiß nicht, woher. Helft uns, Doppel. Können wir ein Zuckerrohr drehen? Aus Blättern? Oh. Was? Zuckerrohr? Ein riesiger See. Oh, sehr gut. Aber... Würde ich gerne wohnen. An einem See? Ja. Ich kann hier nichts sehen, ne? Siehst nichts? Super. Ja, alles für den Arsch. Wir brauchen Zuckerrohr. Gut, was merken wir für Varro 3? Direkt irgendwie Zuckerrohr suchen. Hier hätte man echt beim Rumlaufen schon abschlagen müssen. Ja. Ich habe jetzt nochmal in den Inventar geguckt, nicht, ich habe die ganze Zeit mit so einem Steak hier rumlaufen. Weil ich auch zufällig eine Blume dabei habe. Rohr, Zuckerrohr, Zuckerrohr. Ne, ich habe kein Zuckerrohr. Oder? Habe ich Zuckerrohr? Ich habe kein Zuckerrohr. Ach, Mann, oh. Ja, schade eigentlich. Da bist du. Hier bin ich. Liebe dich, hast du gesagt? Hier bin ich. Sind wir jetzt im Kreis gelaufen, oder waren die Birkenwälder vorher auch weg? Ich glaube, die sind überall angeflammt, oder? Ja, überall angeflammt. Irgendwie ist die Map total verpackt. Alles für den Arsch. Und voll klein. Und voll klein. Da ist ein Skelett rechts. Ja, und ein Creeper. Und ein Creeper. Droppen die vielleicht? Wir brüsten... Wir brüsten... Wir müssen eine Kiste finden. In einem Dungeon. Vielleicht haben wir dort Zuckerrohr. Ja, dann sollten wir auf jeden Fall wieder irgendwo runter. Warum ist denn hier so hell? Weiß nicht. Guck mal, da ist irgendwie ein Eingang. Bestimmt eine Falle, 100 pro. Wo denn? Da, wo dieser Cobblestone ist. Ah, okay. Ja, wartet mal auf. Ach, ne. Hä? Nein! Weißt du, wo wir sind? Wo sind wir? Weißt du noch, als du vergiftet warst? Dein Loch ist das. Ah, hier sind wir. Ach, du Scheiße. Kacke, wir haben ja richtig gute Orientierung, muss ich ehrlich sagen. Oh, Mann. Wir rennen und rennen und rennen und kommen einfach da wieder an. Oh, Skelett. Hey, du scheiß Skelett. Ist tot. Sehr gut. Blockhitten. Blockhitten. Ich glaube, meine Folge ist jetzt auch gleich oben. Da musst du dich noch ein bisschen alleine beschäftigen. Ich würde mich fast schon sagen, dass ich mich hier irgendwo am Wasser, so ein Loch buddel. So ein Loch und was soll ich dann machen? Weiter suchen oder was? Vielleicht ein paar Bäume. Au, fuck. Ja, weiter. Ich wüsste nicht. Also ich gucke vielleicht gleich mal nach. Kommst klar? Ja, ja, ich komme klar. Okay. Warte mal, ich habe auch keinen Optifine, weil ich jetzt wieder eine andere Version benutze. Ich glaube, das hängt wirklich damit zusammen, was Manu mir da gegeben hat. Ah, okay. Krass. Oh, Mann. Ich hätte eine Idee, was wir gleich machen könnten in der anderen Folge, wie wir eventuell Zuckerrohr bekommen. Hast du noch gebratenes Fleisch? Ja. Naja. Ja, warte. Stopp den Shit. Du hast eine Idee? Echt, du hast eine Idee, wie wir jetzt an Zuckerrohr kommen? Eventuell schon. Pass auf, ich baue mal eben die Öfen auf. Ja, mach mal. Weil wenn ich rauslocke, locker rauslocke, dann müsstest du dann mal gucken, dass du vielleicht hier ein bisschen brätst und uns bereit musst. Wetten, wenn du gleich diskonnected, connectet irgendjemand. Boah, das wäre krass. So. Genau, hier haben wir ein bisschen Fleisch. Hab ich noch Fleisch? Ich habe Fleisch. Dann gehe ich mal irgendwie in die Wand schon mal rein. Bisschen Huhn. Okay, Essen haben wir echt genug. Ja, deswegen. Oh, siehst du, siehst du. Nein, und ich habe noch circa, ich habe glaube ich noch drei Minuten oder sowas. Ja gut, dann gehen wir da rein, ich merke mir das. Ich bin dann schon mal draußen. Aber ich würde sagen, ich werde jetzt meine Folge beenden, sobald ich ausgelockt bin. Und guckt beim Holly weiter, weil da geht es nämlich auch noch auf jeden Fall weiter. Oh, er hat mich komplett eingegraben. Ja, ein bisschen mit Erde, falls ich gleich abkratze. Sehr gut, abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.